Hallöchen und Willkommen back to Let's Play Minecraft together mit Klopapier! Juppa! Tag Gemeinde! Doch doch! Doch doch! Doch doch! So, hier sind schon mal zwei Löcher für euch vorbereitet. Ihr sagt links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Ja, links kann man schon ein bisschen was sehen. Links kann man schon ein bisschen was sehen. Rechts, links, rechts, links? Es hat keiner was. Ihr habt es ja bestimmt schon in der letzten Folge gesehen. Hier haben wir unser kleines Energieräumchen drin, was natürlich noch ausgebaut wird. Ein wenig. Und hierfür, für diese Folge, mache ich jetzt mal ein paar Upgrades. Ich verschwinde! Genau, und ich kümmere mich hier mal um den DREX-Strom hier. DREX-Strom? DREX-Strom! 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 Naja, ist eigentlich schon ein dreckiger Stromweiler mit Lava, dann steht der normalerweise... Ja, was ist, wenn man Lava verbrennt? Ne! Klappt ja nicht! Wenn man Lava verbrennt, dann... Dann wäre es ja theoretisch kein dreckiger Stromweiler, sondern eigentlich Bio-Strom. Weil es ja nur aus dem Wasser besteht. Eigentlich... Ja! Oder sehe ich da falsch? Verblenden kannst du es nicht! Eben, deswegen... Ja, aber die Lava, die kann auch nicht verschwinden! Äh... Oder... Ja, es kann abkühlen, da wird zu schlacke! Und das ist natürlich wieder schlecht! Äh... Ja, wir verstehen dich, Edrefter, wir verstehen dich alle! Alle deiner Meinung! Ach Gott! Wie ging es... Nein, das würde ich niemals tun! Nee, nee, nee! In diese blöde... Soldering... Soldering... Soldering Iron! Ach! Ha! 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 Ich hab's! So, Strom, Strom, Strom! Jede Menge Kondom! Äh, Strom! So, unsere schönen Generatoren müssen wir aufstellen! Wir müssen ja die... Kohle... Von der Farm dann auch hier reinleiten! Das Problemchen ist bis gleich! Was? Äh, was war jetzt los? Du hast gesagt, ich hab's nicht Problemchen bis gleich oder so! Ja, ja, äh... Ja, ja, äh... Ja, ja, äh... Ja, 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 jetzt, äh... Ich bin wieder da! Ja, ja, hallo, ja, du, willkommen! Ja, ein paar... Internetproblemchen, äh, ja... Keine Ahnung! Ach so, ne, bei mir war's nicht weg! Oder doch? Ne, keine Ahnung! Seh ich nicht den Chat! Äh, ey! Also, bei mir war ich aber kurz weg, irgendwie! Irgendwie, ja... Keine Ahnung! Chat nix sehen! Hab ausgescheint! Ich hab kurz... Aufnahme beendet und... Warum machst du sowas? Ich wurde kurz rausgeschmissen! Ja, dass du gefeuert bist, das ist eh normal, ne? Wer mag dich schon! Das ist eine absolute Flechheit! Rausgeschmissen! Wir schmatten dich alle raus! Slash Kick! Slash Kick Klopapier! Ne! Slash Rausschmeißen Klopapier! Slash... www.rausmitdier.de Ah, du meine Kacke! Redstone... Basic, ja... Schauen wir noch ein bisschen... Schauen wir noch... Redstone... Redstone... Hm... Stimmt nicht... Zudem... 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 Natürlich fucking hell! Jajaja... Ganz deiner Meinung! Eins... So... Eins... Drei... Drei... Vier... Vier... Fünf... Sechs... Acht... Neun... Zehn... Ich hoffe das klappt überhaupt so... Wie ich das da... Vorhaben... Ist nenn... Ich auch nicht! Kann ein Filter eigentlich... Wenn ich mit dem Filter rausziehe, hört der auf, wenn das Inventar voll ist, wo er reinschmeißen soll... Filter filtern... Keine Ahnung... Wir werden's merken... Machen wir die... Wir werden es gleich merken... Ich würd' sagen, wir machen die 2 Megatool... Ja, 2 Megatool hat's ja gesagt... 2 Megatool... Das reicht vollkommen, ey... Wir wollen ja dann auch noch Biogasen zu machen... Eventuell... Oder auch nicht... Wir brauchen die zum Beispiel wieder Saft haben... Ja, jetzt hat's da... Brauchen wir denn normales Glas oder Glasscheiben? Bei was? Mit dem Thermonic Fabricator... Normales Glas... Es gibt wohl Glasscheiben auch... Aber die brauchen länger... Bis sie warm sind... So... Ja, wir brauchen... Ja... Natürlich... Jetzt können wir die Maschine wieder raus machen... Und machen wieder... Zack... Weil... Wir müssen ja hier ein bisschen... Das... Wir müssen... Sollte... Sollte... Lingen... Genau... Äh... Haben wir sowas wie ein Schalter... So... Schön wie die Textur ein bisschen verschoben... Na, besser... Du bist verschoben... Ne, wirklich... Textur ein bisschen verschoben... Boah... Ich sag ja... Ne... Aber nur in dem Soldering Iron... Okay... Schlecht angepasst... Komisch... Wie? Alle 10 Sekunden... So... So, so, so... Hektar... Ich komme... Ich komme... Ich komme... Komm... Das kann nichts Gutes heißen... Ne... Ich höre... Ich bin mal gespannt... Wie das so funktioniert... So... Geben wir mal ein bisschen... Power auf die Luzi... Hier... Die Luzi... Okay... Ah... Der Phil... Der gute Klopapier... Der war mal wieder ein bisschen blöd... Alter, der zieht ja ein ganzes Deck raus... Das wollte ich nicht... War mal wieder ein bisschen blöd... Vier Stück soll doch gefälligst rausziehen... Das soll reichen... Und noch mal ein paar... Gebrauchen können wir sie immer... Ich habe natürlich gerade wieder hier... Mist gebaut... Arschwollen natürlich... Ja... Geht ja gar nicht ohne... So... Ding... 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 Anges das Lied? Ah... Hmm... Wir sehen gar nichts... Ah... Jetzt... Meine Insel... Drei sagen wir mal nichts... Meine Insel... Wait nächste... Okay okay... Wöhr... Wie ist das Ahase... Nee... ... Ich cancer... Wo ist denn das? In... Omaa... Omaa... Das ist ein 6-Circuit-Board-Net-Zoom Geht das so? So Packen wir das da unten Ich hätte das doch einfach wieder herausholen können Hol es raus, komm Zeig's mir Wie kann man denn jetzt hier? Hier Megatruel Hier Ja, jetzt passt überall Jetzt zeugen wir hier ordentlich Ordentlich Dampf auf der Leitung Hier Dann ist er gut Hier kommt ein Cover drauf Okay, internales Server-Error Er macht grad gar nichts So, jetzt geht's Weil da ist er nämlich wieder So, jetzt geht's, hab ich irgendwie einen Fehler gehabt Ja, du hast wahrscheinlich was in der Hand gehabt und auf den Timer zugegriffen, oder? Ja, das kann sein, ja So Und jetzt habt ihr das linke Räumchen gesehen Und jetzt Gehen wir in das rechte Räumchen Ah Hier, bauen wir jetzt um 10 Schaut gut aus Die Generatoren, ja werden befüllt Teilweise halt Schaut Jude aus, Freunde Schaut Jude aus Schaut alle Jude aus Schaut Jude aus Und dasselbe machen wir jetzt mit denen hier Flammende 3 Und Laser machen Laser 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 Mh Mh Oh, noch Obsidian? Haben wir noch Obsidian? Äh, Obsidian müssten wir in irgendeinem Projekt, der hier müsste gewesen sein. Ah, dann haben wir noch hier. Ich hab da einiges gemacht an Obsidian. Ich brauche vier Obsidian. Wenn alles li- Ach, du meine Güte, wieso haben wir jetzt die Stromvergablung gemacht? Das ist ne gute Frage, my friend. Ich bin nicht dein Freund, merk dir das? That's a good question, my friend. Du, wenn ich sage, du bist mein Freund, dann hast du mein Freund zu sein. Hast du mich verstanden? Nein! Du mir das getan. Schreib dir eine SMS. Du weißt! Ich hab deine SMS auch was. Oh, du weißt. Jetzt mal. So. Den Tape, den Assembly-Table, den stellen wir jetzt einfach genau hier. Genau da und nicht wo Andreas. Ich brauche noch, äh, diesen komischen... Nein, Mami, Mami, jetzt mach gleich bumm. Benutzung mal gar keine Maschine. So, jetzt kannst du mehr benutzen. Ja, den Plus hier. Ja, hier geht ja gar nichts an den Implusionsmaschinen dran. Ne, ne, die hab ich schon abgestellt grad, aber oben oben. An die Maschine. Ich hatte ja versehentlich mal ein bisschen mehr drauf. Jetzt komm ich hoch und gleich steht hier gar nichts mehr. Nein, das wird... Ja. Weil ich muss die MFSU mal leer kriegen. Dann machen wir einfach mal hier... Ja, wir brauchen von den komischen Konfliktpipes. Okay. Die MFI hat sich auf... äh, die M... äh... Die Badbox hat sich hier beim... Metafilberketer aufgelöst. Die hat Bogen gemacht anscheinend. Ich kenne den Gamesound oder so. Ja, die ist weg. Ja, die ist weg. Ja, die ist weg. Ja, aber die ist weg. Oder hat sie jemand abgebaut? Ne. Wenn du sie nicht abgebaut hast, ich hab sie auch nicht abgebaut. Ach, ich bin hier in der Rolling Machine. Da hat sich unser Energy Grid Ding rein verzogen. Achso, weil es daneben ist gleich, ne? Ja. So. So, dann kommt hier irgendwo die MFSU hin. Das Ding brauchen wir jetzt und dann machen wir nämlich jetzt... Ich baue noch Glasfasserkabel. Öhm, perfekt. Es hat eine schwere Geburt zu einem Umbau. Gar nicht so leicht, wie ich mir vorgestellt habe. Ne, das muss ja auch alles passen. Ja eben, das ist das Problem, weil wir verschiedene Stromquellen haben, die... da sind und so weiter. So. Ähm, und Glas. Cool, wir haben kein Glas mehr. Oh, doch hier in dem... hier sind noch 64 Stück drin. Hm, naja. Direkt hier an, das ist dann... Ufa. Alter, was für Diamanten wir schon haben, ey. Wie überall liegen nur Diamanten rum. Ja, du brauchst aber schon lang für diese blöden Upgrades. Ich bin schon lang fertig. Was machst du denn denn grad? Ich mach doch die letzten Energyzellen. Achso. Ich dachte, du... Ja, jetzt unterstell mir aber mal nicht Sachen, die nicht wahr sind hier. Ja, du bist halt noch nie der Schnellste, ne? Ne, ich bin nicht der Schnellste, aber ich geh mir... Ich geh mir Mühe. Ne, ich lüge nicht. Hast recht. Gelogen. Gelogen, betrogen, grad zum Schwanz gezogen. Du mal den jetzt hier noch ne Redzone, jetzt hab ich noch ne Redzone Energyzellen. Ja, wofür hat den jetzt gecrafted? Ja, jetzt haben wir draußen eine, hier eine, oben eine, drei, vier Stück haben wir jetzt. Ach du Kocke. Braucht er kein Mensch. Voll werden lassen. Er macht schon wieder alles kaputt hier. Alles macht... Die Energyzellen. Äh... Die Energyzellen. Brauma, genau. Die Brauma. Die und kein anderes. Elektrum und Hardened Glas. Oh, Hardened Glas, hm? Ein harten Glas. Ein hartes Glas. Hey, wie hast du ein bisschen Hardened Glas für mich? Nur ein bisschen. Hardened Glas, nehm ich. Hier war Elektrum. Okay, MFSU ist leer. Dann können wir die schon mal abbauen. Hier noch ein Kabel hier dran, statt der MFSU. Dann kann der hier weiter brutzeln. Äh... Ah, okay, wer ich wissen. Band oder... Nein... Da ist Melda. Ah, das... Silber und Gold. Genau. Französ, Silber und Gold. Hab ich nie gewollt. Dich, nur dich, nur dich allein. Ja, Leute, so geht's mir leider den ganzen Tag. Ich weiß, das ist schrecklich. Aber, ja. Ich kann leider daran nichts ändern. Du kommst immer und immer und immer freiwillig wieder. Ja, wir haben zwei Juju-Mörder. Du kannst Salatzele bauen. Ja, ich muss erstmal jetzt hier... Was denn? Was, was, ha? Komm, maul nicht. Aloysmelder, bin ich blöd? Was ist denn nun mal ein Aloysmelder? Aloysmelder, das ist was Neues, glaube ich. Da unten der Funatze. Ey, ist das... Ist das nicht... Das ist das Ding mit Strom, oder? Aloys... Aloysmelder, das ist voll richtig. Glaube ich, ja. Aber die brauchst du ja nun mal nicht. Für was brauchst du denn? Ja. Für was? Woll... Um hier Electrum-Ingott herzustellen. Electrum-Ingott? Ne, das machst du in... Äh... Induction-Schmelzer mit... Silber und Gold. Inductions? Ja. Silber und Gold, das Elektrium. Guckst du? Elektrium. Ah, ja. Hier stelle ich Elektrium-Märchen. Das hatte ich auch... Dann stehen da bei mir Aloysmelder. Ja, da hast du aber... Gibt's wahrscheinlich ein anderes. Rezept auch noch. Okay. Wo haben wir ein Elektrium-Ingott da? Elektrium-Ingott. Schmelzen. Induction-Schmelzer. Ja, wenn du oben auf Induction-Schmelzer bist, unten auf die Seite 2 klick. Es gibt dann unten auch noch Pfeile. Habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Ja, da muss ich aufpassen. Und auch teilweise Pfeile, wo du weiterklicken kannst. Oder Lava-Cains in der... In der Astro-Zente-Vogel-Bock kommt auch raus. Ach, die muss man wohl nicht mehr helfen, ey. Nee, 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 nee. Nee, nee, das ist ja eine Abs... Das ist eine Blamage hier in Let's Play, ey. Nein? Doch. Schmerz. Ich gebe ihr nicht zu. Ich bin unschuldig. Ich habe das nie... Ich habe das nie getan. Ich bin absolut unschuldig. Genau. So noch dem Motto, ne? Wo hast denn du dein Stromanschluss hingelegt? Da unten. Dann hier rein. Keine Ahnung, wo ich bin, aber irgendwann komm ich da schon raus. Sag ich doch. Oh, man. Und ich habe dir noch gesagt, du brauchst den Strom, kann man nicht ändern. Äh, diese electrical engines, die vertragen dir auch Mittelvolt, ne? Ja. Das siehst du spätestens, zumindest? Ich denke mal schon, man. Mit dessen Sachen. Also, jeder. Ja. Jetzt reicht es aber langsam hier. Was? Ich brauche hier immer mit dem Ding echt viel mehr ab, wie ich eigentlich abbauen will. Ja, im Lager ist noch eine normale Drill drin. Den kannst du ja nehmen. Ja, das ist so krank, dass da... Als meiner ist mir zu langsam, ich brauche auch eine Effizienz. Das gefällt mir nicht. Die gefällt dir nie was, was ich baue. Achso, ne. Du weißt das, was du gebaut hast. So, hier können wir wieder dicht machen. Ein bisschen... Schaut schon mal nicht so schlecht, da hast du aber gut auch nicht. Theoretisch Hammer, ihr. So... Brauchst du oben noch Strom? Hast du irgendwelche Maschinen am Laufen, oder nicht? Jo... Wenn doch, ist mir egal, jetzt darfst kein Strom mehr. Ist mir doch egal. So, und dann Shift, Rest, Klick, zack, dann dreht sich der genau. Bild'n Laser. Was? Bild'n Laser, ich hatte doch... ...drei Stück. Ist er weg? Kann er nicht einfach verschwinden, was tut das Ding denn? Was tut das Ding, was tut das Ding? Mir doch egal. Mir doch egal. So, laufen die Engines oder sind sie in die Luft geflogen? Sie laufen, also, ja, vertragen sie auch. Mittelvolt. Gut zu wissen. Oh, der Held. Kopf-O-Born, ja. Hm, steht's denn da oben in der Haus, irgendwo? Manchmal, glaub ich, Hitze, die... ...in meinem Kopf nicht gut. Ja, das denk ich auch. Haben wir da nicht mehr Elektromaschinen? Achso, nee, das ist ja nur die Ecke. Ich hab' ja gar nicht vergessen. So. Wollten wir da... Ach, Menno. So. Genau so wollten wir das haben. Oder du halt. Ja, oder ich. Oder wir. Oder du. Oder er. Ja, sie. Ja, sie. Ja, sie. Oder so, irgendwie geht das, ne? Okay, da drin. Gut an mir. Was? Ich mach' nur blöd, also, geh' mal wieder raus. Ja, äh, ich hab' keinen Strom am ME-Timeline. Ja. Ist aus. Warten, ich kann dir aber mal... ...ein wenig geben, wenn das jetzt nicht in die Luft fliegt. Wie viel gibt'n so ein Geo? Strom. Wahrscheinlich zu viel, ne? Was braucht denn hier so viel Strom, äh, unsere Letze und Energy-Zelle ist leer. Ich glaub' oben, die neue, die ich da aufgeschlagen habe, die saugt alles leer. Ja, das kann schon sein, dass die saugt. Volle Kanne, ey. Äh, die kriegt auch keinen Strom. Geht denn der ganze Strom hin? Hier hin? Laser, oder was? Auch leer. Hm. Und Strom, aber... So. Die Laser war auch noch nicht, ne? Bild? Oben hast du auch nicht... Ja, vielleicht die ganzen Bildkräfte in der Geräte, weil die sich aufladen müssen. Ah, und die, äh, die Pipes, ja, die Pipes müssen sich auch vollladen, ne? Ja, und überhaupt der Magma-Cosable, der ist leer, zum Beispiel. Weil der noch das Red Storm macht, das Flüssige. Hast du wieder Strom angeschlossen? Ja. Professorisch hab ich die Magen gestoßen, die ganze Angelegenheit. Soll ich hier auch mal professorisch anschließen? Ja, ich weiß nicht, dass ich zwei Laser gemacht hab. Der kaputt gehen, wenn man den abbaut? Eigentlich nicht, oder? Nee, eigentlich müsste er bleiben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der kaputt wird. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier oben... Jetzt haben wir sechs Laser, das reicht völlig aus. Na, ich hoffe es mal. So, was haben wir hier? Also hier ist das Terminal, naja, genau. Wo kriegen wir das? Also, das kriegt da oben den Strom, okay. Na gut, ich denke mal, ich werde hier offline noch ein bisschen weiter tüfteln, die ganze Anlage hier. Ja, hier musst du dann die Leitung für die Kohle reinpappen. Kohle? Ja, da kommt Kohle rein. Charcoal. Für die Generatoren. Erstmal das Holz, ja das können wir dann machen. Also das machen wir dann das nächste Mal. Machen wir das Holz dann einfach aus unserer Farm direkt ins Lager und dann blimblam blum. Ja, die Leitung direkt ins Lager können wir dann schon mal offline legen, weil ich denke, man kann eine Leitung verlegen. Ja, ja, das stimmt. So. Gut, dann würde ich sagen, war es das wieder. Einiges geschafft, nichts gemacht. Ich bin mir so schnell zu Ende hier. Ja, wir sind halt echt katastrophal. Katastrophal. Da werden was erläuft, stream mit so zwei Stunden ideal, da geht man was vorhand. Los. Na ja, dann. Tschüss Leute. Haltet euch rechts. Ciao.